So, ich bin jetzt den ersten Tag hier, Montagabend, 22 Uhr 52, ich bin noch allein hier, die Meute kommt morgen. Ich glaube, es wird ein richtig geiles Event. Ich bin gerade mal hier rumgegangen, sieht super aus, ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Nächster Raum etwas größer, zwei einzelne Betten und that's it.